Das sind Sarah und Julia. Sie sind heute im Fit4Life, um sich das ganze Studio anzuschauen. Donnerstags ist dafür der beste Tag. Aber beginnen wir diese Geschichte doch am Anfang. Eine von den beiden ist heute der Trainer im Fit4Life und kann ihre Freundin mitbringen, um mit ihr gemeinsam in eine einzigartige Trainingswelt einzutauchen. Dafür schreibt sie sich ins Gästebuch ein. Aber wer ist denn nur der Trainer? Erst einmal heißt es hübsch machen, die Chipkart mit dem Trainingsplan schnappen und los geht's. Jule zeigt ihrer Freundin die richtigen Einstellungen der Gerede für das Ausdauertraining. Danach geht es an die elektronischen Kraftgeräte von eGym. Die Geräteeinstellungen und der Trainingsplan ist dabei auf deiner Chipkarte gespeichert. Das Programm besteht aus 10 Geräten für alle wichtigen Muskelgruppen. Ein Durchlauf im Zirkel dauert nur 21 Minuten. Für die aufopferungsvolle Unterstützung hat der Trainer auch eine Massage verdient. Ist das Ding noch an? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Ich sagte, weiter geht's zum Flex-Zirkel, nicht an die Theke. Training ist jetzt angesagt. Pause könnt ihr später machen. Na also, jetzt geht's an die Flex-Gerede gegen die Verkürzung der Muskeln. Na schaut mal her, was Sarah so drauf hat. Was macht so lange eigentlich der Trainer? Ich glaube, ihr wählt lieber eine Übungsvariante aus, die ihr auch gut schafft. Zusätzliches Training für die Rückenmuskeln, den Lendenwirbelsäulenbereich, zur Straffung der Oberschenkelrückseite, für den Po und die Waden, für die Straffung der Oberarmrückseite, damit erst gar keine Winkeärmchen entstehen. Und natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Slacklining, nur etwas für Profis? Natürlich nicht. Schaut mal, was Sarah so kann. Auch eine kurze Pause lässt sich noch sinnvoll nutzen. Ausgeruht, erbringen die beiden dann noch Höchstleistung im funktionellen Bereich. Nach dem harten Training solltest du deine verspannten Rückenmuskeln mit Balance wieder lockern und lösen. Vielleicht dann noch in die Sauna, in den Wellnessbereich, zum Entspannen. Aber halt, halt. Haben die beiden da nicht noch eine Übung vergessen? Die letzte Übung? Natürlich der leckere, wohlverdienende Eiweiss-Shake, um die Speicher wieder aufzufüllen und zum Genießen. Wir freuen uns riesig, dass es dir so gut bei uns im Fit4Life gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, du bist der Trainer. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt,